Das Kanaan ist ein veganes und vegetarisches Restaurant in Berlin, Prenzlauer Berg, geführt von einem israelischen und einem palästinensischen Inhaber und zwei Freunden. Sie sagen, es sei ihre Mission, Einheit und Frieden zu fördern, gerade jetzt, wo der Krieg zwischen Israel und Hamas eskaliert, auch wenn der Schock groß war nach dem 7. Oktober. Spontan beschloss Osben David das Kanaan für einige Tage zu schließen und öffnete dann doch wieder, als er sah, dass viele israelische Bekannte aus Angst vor antisemitischen Übergriffen ihre Geschäfte zumachten. Osben David ist jüdischer Israeli, Jalil David ein israelischer Palästinenser. Mir Mastoran wollten sie zeigen, wie Toleranz und Verständigung ganz praktisch funktionieren. Die Mitarbeiter stammen aus Syrien, dem Libanon, Pakistan, Iran. Einige sind Geflüchtete. Jalil ist gerade in Ramla bei seiner Familie. Solange Krieg ist, wird er wohl dort bleiben. Aus und Jalil haben international attention for their restaurant. Jalil says it was their similar values that led to their partnership. And their work experience here has allowed them to overcome adversity and continue working together despite their different backgrounds. Even though we are in the middle of war, I cannot hate my partner because we are working together for nine years and we are doing this stuff together. Amazing things. So when people working together, it makes them closer. Völkerverständigung und Nächstenliebe, darum ging es bei der Eröffnung des Restaurants vor acht Jahren. Die Botschaft ist heute wichtiger denn je.